Hey. Ich bin wieder zu deinem Haus gefahren. Ich weiß, es ist bescheuert, aber... Ich versteh's einfach nicht. Warum hast du vorher nicht mit mir geredet? Ist doch scheiße, du hast das eh nicht. Kann ich reinkommen? Komm schon. Kann ich reinkommen? Komm schon. Wir haben dich schon länger nicht mehr gesehen. Ich war beschäftigt. Du musst aufhören. Du kannst nicht weiter diese Poster aufhängen. Schickst du ihm noch Nachrichten? Nein. Simon. Warum hat er niemand... Warum hat er mir nicht Bescheid gesagt? Es ist einfach so, als hätte er aufgehört zu existieren. Wir vermissen ihn doch auch alle. Es ist absolut scheiße, wie er uns einfach so fallen gelassen hat. Aber... Es ist fast so, als... Als wärst du auch weggezogen. Wir vermissen dich. Spannende Musik Ich weiß nicht, dass ich das erste Mal in den Kopf habe. Ich dachte, dass ich einen Tag in den Kopf habe. Und ich dachte, dass ich diese persönliche Geschichte sehe. Aber in dem Moment, ich weiß, dass es nicht mehr so ist. Ich weiß nicht, dass es nicht mehr so ist.